Guten Tag alle! Heute ist mein letzter Tag hier in Deutschland und es war sehr gut. Ich habe viel Spaß und ich habe viel gegessen. Ich habe Böttwürststimmel und Glühwein. Bratwürst, Brot, Käse, Wiener Schnitzel, Apfeltart und Apfelströden. Alle und vielen Bier! Vielen Bier! Vielen Bier! Ich bin auf meinem ersten Biergarten hier in Salzburg, Austria. Guten Morgen Leute! Ich bin auf Lindehof Kassel in Deutschland und es war sehr schön. Wir sind hier, Schloss Neuschweinstein. Und ich habe eine neue Freundin getroffen, Stanley, von Singapur. Finnland, Australia, India, alles. Und ich gehe zum Symphony und ich höre Mozart und Vivaldo und Handel. Danke, dass du mich auf meiner Reise begleitet hast. Flughafen, Schlöße, Bahnhof und mehr. Until next time Deutschland, danke und auf Wiedersehen. Tschüss, ciao, cheers. Tschüss.